Sand ist überall um uns herum. Es ist das am wenigsten Beachtete aller Mineralien. Und doch ist Sand nach Luft und Wasser die am meisten verbrauchte natürliche Ressource der Erde. Geschmolzen und in verschiedene Formen umgewandelt, ist Sand auf eine Art und Weise mit unserem täglichen Leben verbunden, die uns im Allgemeinen nicht bewusst ist. Jede Baustelle, jede gepflasterte Straße und jeder Computerbildschirm besteht aus Sand. Vom Hubble-Weltraumteleskop bis zur großen Pyramide von Gizeh. Aber es geht um mehr als nur um Gegenstände und Gebäude. Sand ist auch die Quelle von Siliziumdioxid. Ein Mineral, das in dem Wein, den wir trinken, dem Papier, auf dem wir schreiben und den getrockneten Lebensmitteln, die wir essen, enthalten ist. Es ist ein Mineral, das in Zahnpasta, Kosmetik und so weiter enthalten ist. Sand. Gleichzeitig ist Sand eine Quelle strategischer Mineralien wie Kieselsäure, Thorium, Titan, Uran und so weiter. Ohne diese Grundstoffe, ohne Sand, gäbe es keine Kreditkarten oder Bankautomaten und sogar bestimmte Kunststoffe und Metalllegierungen wären nicht möglich. Sand ist für die Innovation unerlässlich. Es ist die stille Zutat der menschlichen Zivilisation und, so unglaublich es klingt, er geht uns aus. Sand wird schon seit der Antike für Bauzwecke verwendet. Aber erst mit dem Aufkommen der modernen, industrialisierten Welt begann die Industrie, das volle Potenzial von Sand in großem Umfang zu nutzen. Mit Zement und Stahlstreben gemischt wird Sand zu Stahlbeton. Ein Material, welches das Bauwesen revolutionierte. Seine Flexibilität, seine Festigkeit und seine niedrigen Kosten machten ihn zu einem idealen Baumaterial. Das ganze 20. Jahrhundert hindurch formte Stahlbeton die Konturen von Stadtlandschaften. Noch heute bestehen mindestens zwei Drittel aller Gebäude weltweit aus Stahlbeton und der Beton selbst wird zu zwei Dritteln aus Sand hergestellt. Die verwendeten Mengen sind schwer zu begreifen. Für ein durchschnittliches Haus werden 200 Tonnen Sand verbraucht. Für ein großes Gebäude 3000 Tonnen. Für jeden Kilometer Autobahn werden 30 Tonnen Sand verbraucht. Und beim Bau von Großprojekten wie einem Staudamm oder einem Kernkraftwerk geht die Summe in die zweistellige Millionenhöhe. Zwischen 2011 und 2013 verbrauchte China etwa 6,6 Gigatonnen Beton. Eine Menge, die dem Verbrauch der Vereinigten Staaten im gesamten 20. Jahrhundert entspricht. In der Zwischenzeit werden überall auf der Welt neue Megaprojekte gebaut. Die Städte werden immer größer und die Weltbevölkerung wird bis 2060 die 10-Milliarden-Grenze überschreiten. Die Urbanisierung beschleunigt sich und der Bedarf an Gebäuden, Elektronik und Infrastruktur wird entsprechend steigen. Die weltweite Nachfrage nach Sand wird stetig steigen, aber irgendwoher muss er ja kommen. In der Vergangenheit stammte der für Bauzwecke verwendete Sand aus regionalen Steinbrüchen und Flüssen. Aber diese Quellen sind inzwischen fast erschöpft. Daher wird heute ein Großteil des im Bauwesen verwendeten Sandes aus dem Meer gewonnen. Dazu fährt ein Frachtschiff, ein sogenannter Bagger, auf das Meer hinaus und pumpt Sand vom Meeresboden ab. Ursprünglich geschah dies in Flüssen, aber als man feststellte, dass das Ausbaggern von Sand aus Flüssen zu mehr Überschwemmungen führte, wurden die Schiffe auf die hohe See geschickt. Die Nordsee ist besonders reich an hochwertigem Sand, aber die Baggerflotten sind in dieser milliardenschweren Industrie rund um den Globus unterwegs. Dies birgt alle möglichen Umweltgefahren für das marine Ökosystem und der Meeressand an sich ist salzig, was sich nicht gut mit Zement verträgt. Um den Meeressand zu verwenden, muss er also mit Süßwasser gewaschen werden, was zu einer weiteren langfristigen Komplikation führt. Das alles wäre kein Problem, wenn Sand erneuerbar wäre, aber das ist nicht der Fall. Die Zusammensetzung von Sand ist ein Prozess, der Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauert. Zu Beginn tragen die Zeit und das Klima langsam Berge ab. Große Felsen zerbrechen in kleinere Stücke und zerfallen schließlich zu Steinen. Diese Steine werden immer weiter zerkleinert und poliert und gelangen schließlich in Flüsse und Deltas. Problematisch wird es dann, wenn Länder Staudämme bauen, um die Wasserkraft der Flüsse zu nutzen. Weltweit gibt es etwa 845.000 davon. Diese Dämme halten nicht nur Wasser, sondern auch Sand zurück. Die Hälfte des Sandes, der eines Tages das Meer erreichen könnte, bleibt irgendwo stecken. Der Sand, auf dem Zivilisation und Innovationen aufgebaut sind, wird von den Naturgewalten nicht wieder aufgefüllt. Bekanntlich ist unser Planet mit Sand bedeckt. Die Arabische Halbinsel und die Sahara sind die besten Beispiele dafür. In der Tat ist Sand das Einzige, was wir im Überfluss haben, so scheint es zumindest. Wüstensand ist jedoch die falsche Art von Sand. In seinem Buch, The World in a Grain, erklärt Vince Beiser, dass Wüstenkörner rund sind. Sie wurden von Wind und Zeit so gründlich poliert, dass sie sich nicht zu dauerhaften Beton zusammenfügen. Für jedes Bauprojekt, ob es sich nun um eine künstliche Insel oder ein Krankenhaus handelt, müssen die Sandkörner raue Kanten haben, damit sie zusammenkleben. Sand aus Flüssen, Ufern, Flussbetten, Überschwemmungsgebieten, Seen, Meeresküsten und der Tiefsee hat raue Kanten und eignet sich daher perfekt für industrielle Zwecke. Wüstensand hat die falschen Eigenschaften und wird daher als wertlos angesehen. Das erklärt, warum die Vereinigten Arabischen Emirate Sand aus Australien importieren. Oder warum Saudi-Arabien Sand aus Schottland importiert, während Ägypten Sand aus Indien importiert. Sand an einen Araber zu verkaufen, war früher ein Sprichwort. Heute ist es der Gipfel der Ironie. Heutzutage werden Städte in einem Ausmaß und Tempo gebaut, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nie vorgekommen ist. Die globalen Versorgungsketten sind überlastet und immer mehr Länder erkennen, dass Meeressand eine endliche Ressource wie jede andere ist. Der Vorrat ist nicht endlos wie bisher angenommen. Die Szenen in Singapur erlauben einen Blick in die Zukunft. Der Staat behandelt Sand als strategische Ressource, hortet ihn in großen Mengen und hält ihn als Reserve vor. Vergleichbar mit der strategischen Bevorratung von Öl und Gas. In den letzten drei Jahrzehnten hat es in Singapur einen Bauboom gegeben. Die Bevölkerung hat sich fast verdoppelt, während die Landmasse durch Urbarmachung um 20% zugenommen hat. Diese städtische und terrestrische Expansion erschöpft die lokalen Sandvorkommen Singapurs einschließlich des Meeresbodens. Seitdem wendet sich der Staat an seine Nachbarn, um zusätzliche Vorräte für seinen Wachstum zu erhalten. Sand ist jedoch eines der dynamischsten Materialien. Wenn man ihn aus dem Meer entnimmt, gleicht die Schwerkraft die entfernte Menge aus, indem sie Sandkörner aus höheren Lagen und sogar über weit entfernte Standorte transportiert. Das bedeutet, dass die Küstenlinien auf der ganzen Welt schrumpfen. Für See- und Inselstaaten ist dies ein langfristiges Problem, insbesondere wenn man den steigenden Meeresspiegel berücksichtigt. In den letzten drei Jahrzehnten, als Singapur Sand von seinen Nachbarn importierte, begannen einige kleine Inseln im südchinesischen Meer zu verschwinden. Indonesien zum Beispiel verlor 25 Inseln, als es Sand nach Singapur exportierte, was wiederum zu Grenzverhandlungen zwischen indonesischen und singapurischen Gesetzgebern führte. Im Jahr 1997 verschlechterte sich die Situation so sehr, dass Malaysia den Sandverkauf an Singapur einstellte. Indonesien und Kambodscha zogen 2007 nach und Vietnam verhängte 2009 ein Sandexportverbot. Singapur importiert immer noch Sand über Briefkastenfirmen, aber die Tortur zeigt, dass die zunehmende Sandknappheit den Sand zu einer strategischen Ressource macht. Sand zu horten könnte in naher Zukunft zu einer neuen Praxis werden. Wenn Inseln im südchinesischen Meer verschwinden, ändern sich die internationalen Seegrenzen oder müssen geändert werden. Ähnlich wie Pekings künstliche Inseln die chinesischen Seegrenzen und die damit verbundenen Privilegien ausweiten, würde das Verschwinden von Inseln ergo die Autorität verringern. Das extremste Beispiel findet sich in Indien, wo die berüchtigte Sandmafia zu den mächtigsten Verbrechersyndikaten des Landes zählt. Die indischen Strafverfolgungsbehörden setzen Drohnen ein, um die Sandmafia zu bekämpfen und illegale Abbaustätten zu stoppen. Doch ein Ende dieses Kampfes ist nicht in Sicht. Die Sandmafia ist eng mit der landesweiten Bauindustrie verbunden und verfügt über tiefe Taschen im politischen Apparat. Was in Indien, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschieht, ist Ausdruck einer sich langsam anbahnenden Krise, die das Aufkommen von Sandkonflikten verdeutlicht. Es gibt deutliche wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Sand in vielen Teilen der Welt immer knapper wird. Und wenn eine strategische Ressource endlich wird, wird sie zu einem Katalysator für geopolitische Auseinandersetzungen ähnlich wie Erdöl und Erdgas. Schließlich sind Konflikte oft auf den Wettstreit, um natürliche Ressourcen zurückzuführen. Wenn sich nichts ändert, wird die Sandkrise immer mehr zu maritimen Konflikten führen, Gemeinschaften gefährden, Engpässe verursachen und die Umwelt schädigen. Endliche Ressourcen schaffen nahezu unendliche Konflikte. Das war Caspian Report. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos über Politik, Wirtschaft und Geschichte sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.